oder die für 20 ist keine kinderfahre ach sind dann siehst du das ich habe die letzte ohne 6 wir haben gegner da haben die nur gegner aber Was ist das denn jetzt, Edgar? Bei denen fliegt einer raus oder bei uns? Echt? Nein, ich glaube, das lädt einfach nur lange. Vor ein paar Stunden hat mehr drum geholt, dass Kuba nix reißen wird. Ja, ihr wisst doch, wie das ist. Wisst ihr, was das Problem ist, das ist unser erstes Tobi 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 Event und wir waren zu nett. Wir waren echt zu nett. Wir waren einfach zu nett, Chat. Wir haben direkt einen AFK. Ne, doch nicht. Er ist da. Ah doch, er ist AFK, dieser Hurensohn, dieser... Roberto Gamo, deine Mutter ist eine Hure. Ich hoffe irgendwie, du siehst es irgendwann. Ich wollte dir nur gesagt haben, dass deine Mutter eine Hure ist, du Hurensohn. Wenn ich gegen dir Fallschirm springen muss, weißt du, was dann passiert, Roberto? Roberto Gamer, Alter, ich kann das nicht mehr. Roberto... ... sondern der Elektrizität ist auch nicht mehr, hat sich getan. Ah ok ok, also wir haben nicht... Wir haben eine Hure Icke. Da ist eine Hure Icke. Da ist eine Hure Icke. Remake, Remake, Remake. Ja, einfach Remake. Direkt Remake, direkt Remake. Jetzt nicht über mit Schwerden und denken wir gewinnen das. Bitte lasst Remake. Bitte die Remake. Ich muss direkt, ich mach Slash Remake schon. Fünf dann, ne? Ah, das ist Remake dann. Lück einen Remake. Lück einen Remake. Lück einen Remake, Bro. Nössens, Blank 4, people. Bitte... Nein, nein, nein. Oh, danke. Ich bin der Grund. 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 Match found. Komm, komm. Komm, komm. Splits. Ich sag, Phoenix ist glaube ich Quatsch-Call hier, oder? Phoenix ist richtig gut aufs Blit, Bro. Wir müssen einmal gucken, was unsere Mates sind. Warte, 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 warte. Warum? Hä? Er sagt, wir dürfen nicht Remaken. Er sagt, wir dürfen nicht Remaken. Warum? Warum gehen wir dann noch Remaken, wenn wir nicht dürfen? Ach du Scheiße. Das ist ganz laut. Du weißt, was meistens heißt, wenn Leute einfach Duelist picken, obwohl da schon zwei sind? Der ist komplett im Bruch, der Typ. Trost. Eure Regenpässe verdient. Deine Hure-Mutter, Nyx, ich sage, sie geht für zwei Cheeseburger anschaffen. Damals war es ein Cheeseburger, jetzt sind es mittlerweile zwei. Aber ohne Gurken, weil die Hure-Nutte mag keine Gurken. Du Hundesohn. Du Hundesohn. Ich habe nichts davon gesagt. Ich habe es nicht mal mitbekommen. Das ist der Dumm. Eure Regen, sagt er. Komm, Bruder. Kriegen Sie jetzt. Hello Team. Zumindest haben sie eigentlich vom Dinger alle Mic. Wegen Inflation, ich schwöre. Want to go slow B or fast? Hello. Hi. Ich habe das flow. Los sind ein Wasser. Heiliger, Mann. Da, wo geht es. Da geht es. Ein Wasser. denn sonst wir müssen das beste dort machen oder wir müssen noch jedoch auf haft und dass sie den back-to-back verkacken oder es geht bei den over time oder keine ahnung wir müssen darauf hoffen selbst over time oder wenn es bis keine ahnung was geht wie viel steht es bei den chat 6 1 Bruder wir haben geremakt nicht mal wir haben geremakt Bruder es zählt wieder nicht mehr wir haben gewonnen oder schickert doppelt Remake alter Bruder ich schwöre die Rauben hier so unsere fickte Zeit Digga das ist so insane ach du scheiße wird der Fallschirm IRL sein der wird auf Porn abgestreamt mein Bruder weißt du was dann passiert ach scheiß drauf Bruder ich will wirklich mal alles hier kennen das beleidige und so dies und das auch gar warum mache ich das überhaupt ernst ich glaube ich gehe sogar sage einfach fürs team oder was sagst du wie steht es bei dir hallo wassup wenn ich in meiner lobby ohne die diegel spielen würde und ein paar kills machen würde die würden sagen bist du ein Hohensinn die würden extra trollen geko ist crazy oder warum spielst du Kayo jetzt wirst du wirklich hoffen dass die guck mal die führen jetzt 7-1 ich glaube die Gegner ff'n sogar die werden gefickt von einer Diegel die ganze Zeit wir hatten ja noch nicht mal die verfickte Chance dass wir das back to back dann holen weil wir einfach Dings wir haben sogar eins geholt wir haben zweimal Remake bekommen ich sag die ich sag streamste aber wollten uns wecken oder so 8-1 ne wo spielst du A oder B A B das gerade war keine kinderfahrsche wir hatten nicht mal die Möglichkeit einen back to back zu holen wir hatten dreimal Remake oder so wait 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 for the wall let's reach ok 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 ohne Sinn 5B old leaving they're leaving they're leaving they're leaving they're pushing they're pushing in the smoke watch out maybe they're coming 1 mid jet mid wait i can i can wall it off i can wall it off K for 8 one on wall i think they can jump on the wall bro gejser dead jet mid Wir werden zu euch kommen, B. I will go B. Still mid. My wall is gonna break. Start B. On B, on B, on B. Guck. Turned at me off the middle of. On Mark it, on Mark it. I got the flash. It's clear Mark. On side I think. No, no info is. Backside 60. 60. Backside. Do it. Nice. We're still there at the end. Hold that team. Hold that team. Thing is over bro. Continue to win. Time it will win. I'm going to win. I've got the chance to win. Can I win? 9-2. Have you got the chance to win? What's going on? 1A 1A One more top mid. I still top mid here. I still went A main. Not top mid anymore. A main. Top mid, top mid. Lots of top mid. Going mid, going mid. Falling off A. More mid more. One enemy remaining. Nice. Nice. I have Deagle for you. Thank you. I have two for the eight. Oh, thank you. It's another one. We will change. I have one here. Okay, this way. You can roll. It's you and me. I got... Yep. They're going A, I think. Didn't dash on site. Now on site. Now on site. Oh, they're playing slow. The middle is open, right? The middle is completely open. The middle is completely open. Nice. 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 Oh my god. Last guy as well. Still main. Let me bait for you. Let me bait for you. I'm dead. Left side, left side. You got this. Nice. Nice. The best. What is pink niche? But there is pink niche. Anything. Yeah, absolutely. Nice, nigga. My ass. I don't know. There goes. Das geht da. Das geht hier. Ja, das sollte gut sein. Boah, wenn ihr surrendern wär krass. Ah, das ist ein schönes Spiel. Wir müssen 5-0 gewinnen. Ja, das ist ein schönes Spiel. Ja. Oh. Spike down. Spike down. I can flash. I can flash. Wait. Ich bin B. Ich bin B. Wann he. Wann he. Wann he. Ein L sloppy. Ich spiel, man. Ace, 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 Ace. Army? You're alone, you're alone. Guck mal, er tag den nicht für den Ace, Bruder. Ich hätte ihn so genommen, würde ich normal spielen, ey. Schwöre. Wenn die surrendern würden, bitte. Weil ich würde alles dafür geben. Ich würde alles dafür geben, Chat. Wir müssen jetzt 5-0 haben. Kann sein, dass die dann surrendern, das wäre so geil. Ja, das ist gut. Das ist ein schönes Mal. B, ich denke. Ah, Q-8. Ah, Q-8. Ja, das ist gut. Ah, hier, 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 hier. Kf, 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 kf. Die mit Odin hängen die da, ja. Ah, you smacked, okay. Ah, hier, 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 hier. Sorry. Sorry, sorry. My bad, the river. Mit, mit, mit. Kommt dann mit. Ach so, mit. Nice, nice. Bitte surrender. Bitte! Niemals surrendern, du. Wenn die jetzt surrendern, Bruder, dann ist das Schicksal. Ich schreib's, ich schreib's, bitte. Nein, nein, nein. Das provoziert die doch nur mehr, Bruder. Das machen die doch dann nicht. Bruder, wenn mir einer schreibt, just FF, weißt du, wie ich extra nicht FF drücke, Bro? Nerf Radiant, pure bad. Oh, das Ding ist over. Bruder, weil ich zweimal, weil wir zweimal ne Runde reingehen und zweimal einfach zwei Leute AFK sind. Two on site. Überleg mal, weil wir keine Zeit haben, weil die Leute AFK sind. All three on site, all three on site. Nice. I can't hit. Hell, I think. Nice. Thank you. 2 gegen 1 bei denen. Wenn die verlieren, las ich mir eins. Was, was du solltest? Was, was du solltest? Du solltest. Krise. Ja, was ich? Das geht da? Was, was ich? Das geht da. Das geht da. wir stehen 6 0 weil wir zwei mal eine runde reingehen und die surrendern ich schwöre wir haben so ein pech das ist unfassbar wir haben so ein pech das ist geisteskrank nicht mehr nicht mehr Was hast du gemacht, Bruder? Bruder, mein Herz, Bruder. Checkst du, wie ich mein? Ich kann nicht. Er ist da gerade. Bruder, Bruder, Bruder. Wer war, Willi? Rein. Rein. Wir sind einfach komplett durch, weil wir verarscht werden. Wenn wir Jenga verlieren, dann verlieren wir das Over. Wenn die Jenga noch gewinnen, dann sind wir immer noch im Rennen. Oder weißt du was? Denkst du wirklich, die Jenga verlieren? Weißt du was passiert, bevor die Jenga verlieren? Warum? Ja. Wenn die Jenga verlieren, dann bin ich... Oder wir haben uns einfach verarschen. Ja. Hast du auch nie abgespielt, wenigstens, Bruder? Ja, Bruder, ich werde das schon nie kommen. Hast du auch nie abgespielt? Einmal, ja, sozusagen. Einmal? Was stellen wir um? Digga, da fehlt er aber gleich. Warte. Guckt euch das an, Schatz, Digga. Die kommen schon? Geht doch mal hoch. Ich glaube, er geht hoch. Wo ist der? Ja, dann warten wir doch eh noch kurz, oder? Wenn er mal jetzt hoch geht. Enden hast du es. Ein bisschen tonnig weg, Mann. Er weiß, wann es das hat. Er geht die Gänsefilme. Oha. Jede Faser vom Holzbücher. Krass. Gebrochen? Oder wenn das verlieren sie mir guckt. Ich sehe deinen Arsch aus dem Flugzeug, Digga. Oder... Oder auch da rein. Distanz. Könnte krachen. Hier ist es hier. Hast du schon geswitcht auf mobile? Ja. Also, ich sehe mich schon. Jetzt geht man. Ja, ist gut. Auf mobile geswitcht? Mobil geswitcht, ja, habe ich. Nice. Wo geht man hin? Zum Trudel. Habt ihr auch mobile geswitcht? Ja, kann ich schon. AIMSY! Bei Willi ist die mobile immer noch auf der festen Cam. Bei Willi ist die mobile immer noch auf der festen Cam da vorne. Aber dann ist es ein Bugdruck. Ah, es hat jetzt geswitcht. Passt jetzt alles Chat, ja, oder? All right. All right. Mobile. Da ist mobile. Hier ist mobile. All right. Let's go. Okay. Hier ist die Motivation, oder? Chöp. Chöp. Chöp, chöp. Was heißt Chöp? Ich hab gesagt Chat. Ach gut, Chat. Chat, mir geht's gar nicht gut. Ich hatte, ich glaube, die letzten zwei Wochen durchschnittlich drei Stunden Schlaf jeden Tag. Oder ich werde unmächtig bei dem Gedanken, wenn ich gleich einen Stein rausziehen muss. Soll ich dir was sagen? Ich hab ein bisschen schon abgeschlossen. Hä? Mit dem Ding? Ihr werdet nämlich Safe in Chey Together gewinnen. Wenn wir das gewinnen, 500 Euro. Ja, aber das ist jetzt Gambling. Ich weiß nicht, ich hab gerade einmal gefragt, wer in der Uni abgespielt hat. Ja, aber du kennst die ganzen Abkürzungen und so. Ich mach hier, ich mach alles gut. Ich mach YouTube-Video, passt. Ja, es ist einfacher für mich damit umzugehen. Das war Zinedine Zidane. Das war Zinedine Zidane. Er sagt sogar. Nein, oder ich war... Mbappé oder Zidane. Hast du Mbappé oder Zinedine Zidane gesagt? Ja, genau. Mbappé oder Zinedine Zidane. Ich hab gar nicht daran gedacht an Zidane. Und dann hat Willi mich auf den Geschmack gebracht. Weil der hat falsch, der hat das falsch. Aber irgendwann was bleibt noch. Als ob ihr Mondi oder Choumini nehmt, Digga. Choumini war wirklich ein Trainer Coach. Ja, aber er ist. Er ist. Wieso? Ja, ich wusste, dass ihr nicht Mbappé habt. Weil Mbappé wäre zu einfach. Ja. Ich dachte, aktiver Spieler. Ich hab so aktive Spieler im Kopf irgendwie. Bruder, weißt du wie viele gerade? So wie du warst am Anfang. Bruder, ich bin nicht du. Ich bin trotzdem positiv. Ich werde so, guck mal. Ich werde so, guck mal. Richtig, guck mal. Chat, ich werde, diese Jenga, ich werde, guck mal diesen dicken Zeh. Ich werde so. Ich werde so, weil ich die Steine rausnehme mit meinem dicken Zeh. Mich juckt nicht mehr. Mich juckt nix mehr. Es geht um alles so, Bruder. Weißt du, ich war voll entspannt. Ich bin chillig. Ich freue mich. Du hast hier so krass gecarriert. Bruder, 50 Cent Candy Shop. Alles, alles. Big Ben. Ich war Deko neben mir. Ich hab einfach nur gechillt. Ich hab nie vor Speed gesagt. Ich küsse dein Herz. Scheiß, Alter. Warte. Motz. 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 kick mal. Der bunt macht mich. Da bringt nichts Maß... Na doch, doch. Es gibt einzelne Hurensohne. Motz, bandt mal diesen Hurensohne. Willi ist richtig eingebildet. Wenn ich einen eingebildet... Bruder, bitte lass es. damagesweg. Bruder, nein. Ich... ich will den. toolbox. Ja Motz. Thislegger Es funktioniert doch einfach noch, ne? Ja. Siehst du? Ich bin juckt nicht mehr. So. Ich bin durch, Digga. Er hat schlechte Laune! Er hat schlechte Laune! Warum? Warum hast du schlechte Laune? Er will Regelein dann! Er will Regelein dann! Soll ich mich freuen, oder was? Soll ich dir sagen? Kennt ihr dieses Bauchgefühl, wenn man schon weiß? So, du gehst in die Schule, du hast vor der Klassenarbeit... Oh, nein! Nein! Das war's, Bruder! Wo ist der Reifen? Nein! Wo ist der Reifen, Digga? Bruder, das ist Operation gegen mich. Der hatte gar keinen Reifen. Ich hab den Reifen nicht gefehlt. Bruder, du hast das einfach aus der Hand gebracht. Nein, nein! Der hatte gar keinen Reifen, Bruder! Wo ist der Reifen? Bruder, das arme Kind. Ja, ich krieg gleich wieder zurück. Bruder, das arme Kind soll nicht gegen Wand fahren, oder was? Wir wollen, dass das Kind gegen Wand fährt mit nur drei Reifen. Boah! Okay, Leute! Soll ich Regie übernehmen ab jetzt? Also, Moderator? Oder? Also, die Regel ist... Das heißt, du einen Stein arm musst du den rausnehmen. Also, anfassen ist okay, sobald er sich bewegt will. Fangen wir schon an, ja? Guck mal! Ja, aber das Problem ist, wenn du ihn anfasst und der bewegt sich nicht, dann musst du ja einen anderen. Lass mal kurz. Wie funktioniert das Ganze? Das ist ja ein Vorteil. Stimmt, Karl, du musst erst mal klären. Weil man eins anfasst, ist over. Digga, Witze. Fass mal den an, fass mal den an. Oder mich? Nein, ich trolle nicht. Oder ich spiele um 500 Euro gerade, ne? Ich will gewinnen. Ich meine, als Ernst, ich trolle nicht. Du machst noch weiter. Weil ich will ja Erster werden. Weil wenn Edi jetzt gewinnt, weißt du? Nein, nein, ich meine im Sinne von, ob du noch ernst weiterspielst. Sonst hätten wir einfach so machen können, dass wir direkt gegen den anderen spielen. Oder bis zum Schluss noch. Auf jeden Fall. Ja, Chained Together könnten wir eigentlich auch eins nehmen. Also ich will auf jeden Fall dieses Geld noch gewinnen. Das Geist ist gestört. Aber wir haben es so gemacht, beim letzten 2 vs. 2 und das war, das war richtig Ding. Sobald du einen angefasst hast, musst du ihn raus holen. Also ohne gucken. Nein, nein, du darfst gucken, alles. Aber fest du einen an, musst du ihn nehmen. Sofort raus nehmen, okay. Und die allerersten? 2, 3, wie ist das da? Nur die erste Reihe nicht. Nein, nein, nein. Die ersten 3 eigentlich. Wir haben extra gegoogelt. Ihr könnt machen wie ihr wollt, aber eigentlich nur die erste Reihe nicht. Ab da davon machen. Die kennen ich immer meistens im anderen Spiel. Aber ja, können wir machen. Erst, oberste. Ich muss unter euch jetzt machen, die offiziellen Regeln sind, ab der ersten Reihe davon. Okay. Alles klar. Okay, schau mal anfängt. Lass langsam. Ich will endlich, ich will dieses Gefühl, weißt du. Schau schon. Ja komm, du machst die 3. Komm. Warte mal, warte, warte, warte. Ihr könnt unter euch entscheiden. Wir hätten gesagt, sobald sich Einstein bewegt, der wird genommen. Okay, warte mal. Wir machen ja immer... Wenn ihr wollt, erste Berührung. Okay. Ich glaub mir ist besser. Wenn Einstein bewegt ist... Wenn er verkackt, sind wir offiziell... Ja okay. Sind wir out. Ja. Doch, wenn ihr jetzt gewinnt, ist auber. Ja, wenn wir gewinnt, ist auber. Dann geht es nur noch um uns, wer erster ist. Okay, komm. Okay, wir machen 3. Wir machen 3. Scheng, Scheng, Scheng. Scheng, Scheng. Scheng, Scheng. Ich weiß mal, ob das Vorteil ist, anzufangen, ne? Doch, die ersten sind noch am einfachsten, aber ich bin mir nicht sicher. Okay. Scheng, Scheng, Scheng. Ah, wie der geguckt hat. Jetzt ist kein Problem. Fuck. Wenn wir jetzt anfangen, ist kein Problem. Aber Bruder, ich kack mir ein, wenn ich da was bewege. Also ey Jungs, ich bin Protokoll. Wir machen, soweit einer angefasst ist, muss man den nehmen, ja? Ey Jungs, es gibt Finale, ne? Also ein Team fliegt jetzt raus, bei dem es umgefallen ist, dann wird es nochmal aufgehauen. Müssen wir. Ja klar, müssen wir. Wir fangen an, wie ich sage. Aber wir müssen erstmal überlegen, die längste Distanz. Die sind zwei raus, dann sind schon zwei weg. Dann machen wir den dritten. Dann machen wieder zwei raus, dann machen wir den dritten. Und du? Ich könnte noch darauf pokern, dass wir jetzt letztes sind, aber dann wüsste ich nicht, welchen wir nehmen. Ja. Weißt du? Aber die ersten sind ja voll einfach. Aber ich weiß deine... Weißt du deine Denkweise? Die ersten sind Illkinder-Varscher. Sollen wir letzter machen? Wir letzter, Kuba mehrt erster, ihr zweiter, wir dritter. Okay. Ich fang an, ja? Okay. Ich nehm den hier. Ich hab auch schon direkt gesehen. Verständnis, den wir berühren... Ich kann nicht mehr zurück. Ja, mit beiden Händen, aber du darfst mit deiner Hand... Aber du darfst nicht andere Steine berühren. Genau. Du darfst keine anderen Steine berühren und du musst ihn oben hinlegen. Du musst ihn oben hinlegen. Wenn der jetzt umfällt, hab ich auch verloren. Ich hab, ich hab, ich hab. Okay. Okay, perfekt. Warte, anfassen oder ist er wackelt? Nein, nein. Dreck, schon berühren. Du kannst nicht gucken, ob der gerade locker ist, wackeln kann oder sowas. Den musst du dann auch nehmen. Okay, wer ist dran? Wir. Wir sind jetzt. Ach so. Na, warte. Ich sag dir. Ja, das ist zack. Oder die. Jetzt schon aufzunehmen. Aber dann soll ich doch schwirchen. Ich will dich hinlegen. Warum legst du das hin? Warum legst du das hin? Wie legst du das hin? Ja, mach doch. Ja, mach mal ernst so. Das war nicht so. Ich hab glaube ich nicht drauf gekauft, oder? Ich mach ihn für später. Ich mach ihn für später. Kuba, willst du Karten sammeln? Oh geil. Der hier. Warte mal, einer muss eigentlich immer richtig tranqui sein. Oder wenn wir jetzt einmal verkacken, ich fliege. Also. Wortwürdig. Guck genau nach, welcher locker sein kann. Einer steht, der hier steht komplett raus. Auf der anderen Seite, aber. Warte, warte, warte. Weißt du, der helle. Der sieht mir sehr fest aus. Bereit ich mir ein Falschirmespringen. Das wird richtig viele Klicks bringen, Digga. Ja, Mann. Ich bock mal mehr. Wo es sich mit Klicks lohnt sich eigentlich Falschirmespringen, ne? Ja, Mann. Geil. Kann man überhaupt den Rinter? Ich glaube nicht. In Schala nicht. Ging es nicht irgendwie um 25 Chancen? Ja, ja, noch mehr. 25, klar. Wahr, Bruder. Wahr. Wahr. Stopp, stopp, stopp. Dein Kopf, Bruder. Dein Kopf. Dein Kopf, Bruder. Dein Kopf, Ammer. Dein Kopf. Der hier, der ist gut. Ja, richtig. Guck mal. Nein, 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 nein. Mach keinem. Trust me. Mach, mach, mach. Ich hatte vorhin eine Selfie. Du kannst bei dir auch mal so ganz rechts, links, rechts, außen machen. Ja, ja. Ich dachte, das ist ja nicht. Ganz unten in der Mitte ist unmöglich, dass das Ding umfällt. Ganz unten in der Mitte. Hör mal auf, jetzt nicht zu quatschen. Ja, wir müssen das mit Timer machen. Dann haben wir auch Timer. Eine Minute ist gut. Eine Minute, sagt ihr? Eine Minute. Das reicht voll aus. Eine Minute ist gut. Ich finde, es ist unnötig. Wofür? Ja, oder Spannung. Das ist ein bisschen Stress ab. Sonst können wir hier... Oder es ist schon recht spät. Ich glaube, wir beide Team haben ein bisschen genug geschlossen. Ja, aber... Spring. Spring jetzt. Ich hab fertig. Irgendwann müsst ihr was machen. Ich nehme diese. Diese ist raus hier. Diese Geschichte. Ist das klasse? Mhm. Aber tranqui. Der Turm darf nicht festgehalten werden. Oder der ist aber hier sehr eng. Guck mal da. Oder die sind alle eng. Soll ich? Ja. Oder ich bock das Ding weg. Mega. Soll ich ihn raus? So? Oder... Ja, genau. Tranqui, 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 tranqui. Boah. Letztes Mal haben die Todlangen gespielt. Ich weiß nur nicht dich. Ja, das ist doch... Kann ich mal? Ja, das letzte Mal. Ja, das letzte Mal. Mach Mitte. Sonst arschig. Dann weg. Der ist aber steinhart, Eli. Oh mein Gott. Eli, es kann sein. Wir verabschieden uns. Was? 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 Kann sein, wir verabschieden uns. Bruder. Weil der Bruder brutal locker aussah und dann bin ich dagegen. Weil er ist der... Es ist der... Es ist... Bruder, es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Bruder, es ist... Bruder, es ist... Guck mal, seine Finger. Boah, Bruder, der klebt... Also ernst. Bruder... Aber warum denn? Was hast du für ein Stein ausgesucht? Bruder, der hält alles zusammen. Warte mal, warte mal. Hör mir mal zu. Hör mir mal zu, Bruder. Hör mir mal zu. Letztes Mal hat Schradin das auch so gemacht, ja? Ihr müsst so... Du musst so... Ich wollte nicht... Du musst so gegenhauen. Du musst so gegenhauen. Er kann auch schieflaufen. Du musst da so bisschen gegenhauen. Wieso? Ich muss gerade erst mal gucken, wo der ist, Bruder. Du musst gegenhauen. Da tut sich gar nichts. Doch. Da tut man nichts. Bruder, das Einzige, was da tut, ist, dass der ganze Turm wackelt, Bruder. Bruder, ich glaube, das ist der Herz der Stein in der Runde. Bruder, das ist die Mutter. Bruder, das ist einfach diese Säule von dem Gebäude. Du solche, die erste Stein, die du anfällst, ja? Hast du geduscht heute? Kann lange werden. Guter Stream heute. Aber passiert da was? Aber da kann ja gar nichts passieren. Also wenn er klopft... Bruder... Bruder, die Schuhe auf alles, der klebt frei. Mach mal... Mach mal... Mach mal ein bisschen... Hämmer noch ein bisschen. Hämmer noch ein bisschen. Hämmer noch ein bisschen. Er bewegt sich was, ich schwöre. Bewegt er sich? Ja, er bewegt sich was. Guck ehrlich mal. Du musst bisschen doller machen. Und mach mit Mittelfinger. Er bewegt sich echt nicht. Kann mich bitte. Doch. Ja, ich schwöre auf Freundschaft. Boah. Der Flieger ist getankt. Die Zunge. Boah, der macht das aber gut. Ja, er geht raus. Jetzt geht er lange raus. Oder was seht ihr da? Ja, er geht echt lange raus. Guck mal, guck mal. Der guckt schon ein bisschen raus. Der Mann ist auch ein Hämmer. Kann man im Winter Haarschum springen? Akzeptieren. Okay. Du quatschst mich nicht voll mit Zeit, ja? Wir hatten erste Runde auch keine Zeit. Oder nimm so viel Zeit, wie du willst. Ja, mit Aussuchen haben wir ja gemacht. Ich sitz bis morgen frühchen. Guck mal. Mhm. Ja, ja. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Mords, drei Minuten Werbung. Dann im Winter Haarschum springen. Ich will Zeit für DJ3 wieder. Teilweise sind Sprünge im Winter möglich. Warte mal. Teilweise sind auch Sprünge im Winter möglich. Allerdings empfiehlt man sie vereinzelt zu verboten. Bevor man jedoch tatsächlich aus einem Flugzeug springt, sollte man sich den passenden Sprungplatz aussuchen, sowie sich für die Regeln und einzelne Tandemsprünge informieren. So. Voraussetzungen falsch im Sprung. Oder das ist gerade eine Operation einfach. Oh mein Gott. Im Winter geht nicht, oder? Also wenn es bei mir passiert, ich muss eh erstmal therapiert werden. Ich muss Hypnose, ich muss in die Therapie, ich muss alles erstmal holen. Trust. Oder ich brauche erstmal dickes Zeug, bevor ich da runterfliege. Eli auf die Südhalbkugel. Da fängt man zusammen. So. Wir fliegen nach Brasilien, um da aus dem Flugzeug zu springen. Ey Willink, du schaffst das. Ich schwör's dir, du schaffst das. Pass auf. Oder in der Zeit sind 80 andere Steine runtergeflogen. Oder? Guck mal oben. Ja, also hier. Aber damit habe ich schon ein gutes Statement gesetzt. Da wird's wackelig. Ich hab halt hier Angst mit Druck zu arbeiten, aber irgendwann wird der Finger nicht mehr lang. Richtig. Oh mein Gott Eli, ich glaube ich krieg ihn langsam. Ja, ja. Ey warte mal, ist locker. Ja, ich weiß. Hör mal auf, hör mal auf. Nein, ich krieg ihn nicht mehr. Also, hier ist schon ein bisschen, ich kann ihn von hier leiten. Was? Guck mal, siehst du das, wie ich ihn bewege? Ja, ich seh das. Aber du bewegst den ganzen Ton. Ja, deswegen. Alter. Der ist zu, der ist zu 15% draußen, ne? Da fehlen noch so viele leider. Ey, im Winter kann man nicht, ne? Kann man schon. Das heißt, das muss... Das heißt, das muss... Ja, meine... Guck mal, wie ich meinen Platz da heute machen müsste. Sprich in den Ball rein, was tut mich das? Ja. Digga, diese ganzen Finger durch. Aber ich schwöre, da tut sich was. Ja, also du bist schon echt weit gekommen. Bleib geduldig. Ja, es ist die Geduld, Bruder. Aber lass doch ein Angebot von Mehrleiter an. Widerschwendung jetzt 500 Euro. Aber guck mal. Also kein Witz. Der ist wirklich schon... Also der... Es geht langsam voran, aber es geht voran. Weißt du, was ich mich frage? Ob du irgendwann so ziehen kannst? Ja, Bruder. Ich hab schon... Ich kann nicht... Es ist noch... Aber irgendwann kann man ziehen. Boah, google mal bitte Jenga-Tutorial. Guck dir das Video an. Boah, Bruder, das ist so unangenehm. Willi und Edi in der Luft und dann fliegt ein Vogel in den Fallschirm und dann krank. Guck mal, solche Nachrichten sind nicht produktiv. So, Chat. Wie sieht's aus in Italien oder so? In München kann man noch falsch befinden. Hat Phoebe das nicht letztendlich gemacht? Ist sie nicht irgendwo runtergesprungen? Hm... Ja. Oder Phoebe hat eh Adrenalin-Kicke. Ja, die hat die Adrenalin-Challenge gemacht. Ja, ja. Er macht immer irgendwas mit Adrenalin. Ey, du hast ihn gleich. Real talk, Bruder. Ich schwör's dir. Sein Mittelfinger hat Hornhaut bekommen. Der ist halt auch schon krumm und schief, der Turm jetzt gleich. Ja, ja, ja. Es wird lockerer. Alter! Boah! Ja, der hat er bekommen. Boah, jetzt musst du schön... Ja, aber ich tue mal vor, der fällt runter, während er ihn da oben drauf geht. Warte, Niko. Boah, ich werd gleich so einen richtigen Crack-Döner vom Hauptpornhaut essen, Digga. So richtig schimmelig mit Maus des Döners. Maus des Döners? Hast du's gesehen? Ja. Ey, wir brauchen hier mal kurz Ruhe. Maus des Döners. Sind die Finger zu kurz? Ja. Echt? Seine Wurstfinger sind zu kurz. Seine Wurstis sind zu kurz. Seine Wurstis sind zu kurz. Ich komm heute Morgen auf, ja, ich komm heute Morgen auf, ja, ich komm heute Morgen zu spät. Ich hab jetzt Bock halt. Ich hab mich als Mensch eh schon bespät gefühlt. Ich hab mich als Mensch eh schon bespät gefühlt. Hast du uns gemütlich? Du hast doch gemütlich gefühlt, ey. Ich weiß nicht. Weiß nicht. Ich muss noch zu spät. Warte, Edi. Warte. Edi, warte. Edi, warte. Das wirst du. Oh, 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 oh. Mach locker. Geh weg, geh weg, geh weg. Mach ganz entspannt. Digga, warte, pass auf deine Füße auf. Pass auf, pass auf deine Füße auf. Leg ihn hin. Leg ihn hin. Leg ihn hin. Hör mal, wer da hämmer, du. GGs. Und weg. Wir haben damit nichts mehr zu tun. Wir haben... Ja, ja, top. Okay, wer muss das? Ich muss ran, gell? Muscle memory. Boah, scheiße. Du hast mich echt gefickt damit jetzt gerade raus. Wir mussten etwas, nimm etwas raus. Ja. Ich sag ehrlich, Willi, ich sag eins, helfen. Soll ich dir helfen? Warte, hier... Jetzt ist einmal... Warte, hier ist es auch... Hier ist alles verschoben, Matthias. Ja, jetzt ist alles verschoben. Aber das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen, um zu sehen, was eigentlich locker hier ist. Ich sag ehrlich, verpass die Firma an die Wand und lass mal uns... Nein, 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 ich mach das hier, weil ich weiß ganz genau, siehst du das hier? Naja, der ist ja schon draußen. Ich kann den hier... Der ist ja draußen, Bruder. Hämmer wie Dings. Kann den hier... Kann den hier so seitlich raus schieben. Easy, easy, voll. Bruder, was ist das hier an neuestunden? Ja, mach ich hier. Was ist das hier? Andersrum. Das musst du mal... Ah, stimmt, ja. Okay, Ficke, ne? Ja. Heilige Scheiße. I got two... Bruder, Willi, du sollst jetzt fast nie wieder einen Stein anhandeln, glaube ich. Crazy. Ich hab einen, ich geh da hin. Zieh raus. I got two... Sicher? Oh, okay. Mach locker, mach locker, mach locker. Statt schickern. Mach locker, mach locker. Warte. Mach locker, mach locker, mach locker. Ach, mach locker, mach locker. Mach ganz langsam, Bruder. Du hast eine halbe Stunde Zeit locker, ganz locker, ganz locker. Was denn? Chained? Chained, ja. Weil er geht live und hat im Tite heute eine halbe Stunde Chained-Together durchspielt. Aber Amar kann das nicht, Amar kann das nicht. Ja, ganz ruhig. Ganz ruhig. Das Geile ist, wenn du eine hast, der... Ganz ruhig, ganz ruhig, locker, 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 locker. Das ist mein Duo, Mate. Du bist der beste Untertitel. Auf Tranky. Bist dran? Sehr schön. Sehr schön. Oh, das ist krass. Auf Tranky. Oh, ja. Gerard hat mich schon gesehen. Ja, ja. Okay, es geht flott. Komm, Mate. Gelb, Gelb, komm. Eieiei. Hä, wo war das? Der hier. Aber guck mal. Was denn? Boah. Du machst das jetzt echt wackelig, ne? Schön, schön. Ich liebe das. Ich liebe das. Einfach so. Bist du jetzt dran? Ja. Was ist gerade passiert? Ja, die haben... Magie gemacht. Ich bin... Ist das geistesgestört. Du bist am Zittern, ne? Geht. Was ist mit dem, der unter dem Zweier ist? Also der hier. Guck mal auf der anderen Seite. Ja, zieh raus. Sicher? Hier, hier, der hier. Zieh von hier raus. Warte mal, was ist das denn? Ja, doch. Zieh den. Von hier, der Seite. Aber was ist... Mach, mach, mach. Warte mal. Aber das ist genau der, der die anderen auch mithält, ne? Nein, trust me. Zieh den. Trust me, zieh den. Sicher, ja? Ja. Also... Ey, ich hämmer den dann. Nein, 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 chill. Nimm den und zieh den raus, der wird einfach sein. Trust me. Halt den erstmal in der Hand und guck, wie fest der ist. Wenn ich den anfasse, dann muss ich, ne? Ja. Mach. Und da direkt drüber ist wackelig. Ich sag's dir noch. Mach. Ich guck mal, ob ich noch einen anderen finde. Trust me, nimm den. Sag Bescheid, sobald's ein bisschen wackelt, sag Bescheid, okay? Ist gut. Dann kannst du nicht mehr sprechen. Ich glaube, ich werde ummächtig die uns. Ja, der macht ja. Ganz frei. Ich glaube, ich werde ummächtig die uns. Ich kann nicht. Elli. Hast du einen? Ich zeig dir. Mach. Nicht zu. Mit seiner? Oder? Sag mal, welchen du nehmen würdest? Den. Welchen? Den da? Nein, den da. Okay. Mach wie du denkst. Ich würde nicht zu weit unten. Ja, aber ich bin ja so in der Mitte. Hast du schon oft gespielt? Ja. Ja, dann fahr ab. Ich vertraue. Ja, sieht gut aus. Ja. Ich bin diesen Scheiß-Tunnel-Blick. Oh. Oh, shit. Oh. Ja, mach Zucker, mach Zucker. Mach Zucker. Ja, den kannst du ganz viel rumbewegen. Ja. Ja. Und weg. Ruhig geflossen. Stark. Bruder, Mikado wäre auch geil, ne? Mikado hat auch viel Spaß gemacht. Okay. Wir haben damit nichts mehr zu tun. Was hast du denn gerade gemacht? Äh, Merk. Hast du schon gemacht? Ich glaube, ich bin, ne? Bruder, mach deine Fantasie, ja. Artlauge, mach Zirenauge. Guck, welcher Locker ist. Ich werde gleich richtig einen Provokanten machen, glaube ich. Uff. Der spielt so, als wenn ihr gewinnen würdet. Der spielt so, als wenn ihr gewinnen würdet. Der spielt so, als wenn ihr gewinnen würdet. Der sieht frei aus. Ich glaube, wenn du den so antickst, so, herbein. Ja. Ich bin doch toll, ich bin müde so, ne? Oder ich bin kaputt vom Leben. Ja, warum? Man kann auf dem Zip der Dopamin mehr. Das ist vorbei. Du kannst gar nicht mehr so nachdenken. Wann nehme ich den wirklich? Fuck. Okay, ich nehme den. Okay, warte, warte. Mach das über die Taktik. Ich sag ehrlich, den hätte ich auch genommen, ne? Der sieht so locker aus. Der hat auch Luft oben, aber keine Ahnung. Ich glaube, der hängt... Boah, der hängt viel zu... So. Nein, Bruder. Das geht nicht mehr hier. Wenn ich jetzt hier drücke, das dreht sich. Checkst du? Ja, vorbei. Ach so. Okay, dann eine Taktik. Es gibt einen. Start ihn. Dann diese Tisch-Taktik. Du musst so. Guck mal so. Packen. Ich schwöre, ich schwöre. Aber du musst so nach hinten, so gleichmäßig. Nicht hoch, nicht runter. Aber das ist schon falsch, was du machst. Stell dich hin und zieh den so ruckartig so. Guck mal. So. Wenn ich die jetzt... Wirklich fantasiert. Ja, dann komm ich mal nochmal runter. Ja, das ist... Du darfst ja nicht testen, Bruder. Du musst komplett durchziehen. Anders geht's nicht. Was willst du machen? Willst du mal klopfen probieren? Okay. Dann ist das generell so. Alter. Alter. Ich wusste es. Ich wusste es. Okay, tschüss. Das ist so ein Gänsehaut. Du musst ihm nur noch das rausholen. Mach so. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Soll ich fingern? Nee. Nee. Nee, nee, nee. Ich muss eine leichte rückartige Bewegung. Weißt du was? Der ist doch dahin gedreht, wenn du hierhin ziehst vielleicht. Was laber ich dann? Was laber ich dann? Ey, das war... Ich geh nach Hause. Willst du jetzt noch ein bisschen Geld verdienen oder nicht? Ja. Dann chill. Lass mich schon machen. Nee. Nee, jetzt gehts doch nicht. Alles over. Scheiße. Ach, boah, Schatzdinger. Boah. Boah, Junge. Oh mein Gott. Und mein Turm hatte schon diese Bedingungen zu uns. Scheiße, das ist doch fast draußen, man. Warum ist das so schwer? Egal, Mann. Bruder, guck mal, du bist durch. Du hast... Du hast doch auf jeden Fall ein gutes Gefühl, Bruder. Er ist so. Oh, oh, geschmau... Oh nee! Oh! Oh! Oh nee! Oh nee! Er fickt doch den Turm voll, ne? Ja, ja, ja. Du hast doch so Fitna gemacht, jetzt zieh das Ding raus. Ja, oh, fährt auf bitte! Er hat diesen Turm so ein bisschen für alle gefickt. Ich bin doch nach hinten, weißt du, ich mein? Ja. Boah, das wackelt zu sehr. Du musst ihn wieder rausnehmen da, ne? Du musst noch ein bisschen rausgucken. Ein bisschen noch rausgucken in dieser linke Ecke. Das geht nicht, das geht nicht. Das ist vorbei. Nein, das geht nicht. Wie können Sie sagen, es ist vorbei, ohne dass es vorbei ist? Es soll erst vorbei sein, dann sag vorbei. Du hast Mindset, Junge. Du bist die Nummer eins in Valorant. Jeder deiner, der sein will wie du. Soll er so denken? Soll er so denken, Bruder? Du bist ein Vorbild für die Jugend, Bruder. Du bist ein Vorbild in der Valorant-Serie. Oh mein Gott, ruhig. Oh mein Gott, ruhig. Ja, siehst du? Ja. Ja. Was machst du da? Ja! Warte, leg mal erst drauf. Ja. Wie beim Wasser, einfach so rausgehen. Warte kurz. Gleichgewicht muss noch. Ja, ich muss hier. Ich bin eigentlich anders. Du bist stark, Bruder. Ich bin, ne? Sicher, dass du bist? Also ich sage... Warte, warte, lass mal ganz kurz überlegen. Ich habe... Die waren Erster, dann waren wir. Dann wart ihr. Also seid ihr? Ich glaube schon, ich bin. Ach so, wirklich? Fair play. Das habe ich gesagt. Sehr stark. Ja, ja. Die sind keine Arsch. Aber vielleicht... Boah, liegen jetzt alle Kacke. Egal. Ja, Bruder, man muss jetzt systematisch allein gegen das Gewicht. Sehr schön. Ab wann darf man? Ab dritte, glaube ich, haben wir gesagt. Also ab der hier. Ja, genau. Ja, also die obersten zwei jetzt nicht. Die Nummer drei von oben schon nicht. Also die hier dürfen wir wissen, ne? Ja. Warte mal. Ey, die, die jetzt schon drauf ist, ist das schon eine Reihe? Nee. Nee, erst wenn voll ist, glaube ich. Also das, das, das und dann darf man. Ja, genau. Warte mal. Nee, also die zweite volle Reihe darf nicht. Nee, die vierte oder nicht? Ja, ich glaube... Ja, die zweite. Wir haben gewusst. Das sind die Optionen. Ja, aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Lass mal kurz eine Regel festlegen, bevor ihr jetzt hier unten rumwichst. Ja, also... Also wir sagen einfach eins, zwei, drei und dann. Ja, genau. So, dass immer eine volle ist, so wie du es gesagt hast. Ja, okay. Perfekt. Ja, jetzt nicht bewegen, die alle würde. Hier sieht mir wirklich keiner sympathisch aus und das macht mir Angst. Eine Minute, ne? Ja. Aussuchen eine Minute und dann... Nein, Bruder. Ja, wir hatten aussuchen eine Minute und dann machen. Aber... Vertraust du mir? Warte, welche? Sag mal. Du bist... Nein, 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 nein. Bruder, das ist verrückt. Ich schwöre, das ist verrückt, wenn du das machst. Du musst jetzt nicht den Held spielen. Warte kurz. Jetzt... Oder der ganze Turm steht da drauf, ne? Ich weiß. Also wenn du ihn so sehr, sehr locker angehst, dann kann es halten. Aber... Guck mal, wir haben eh schon eine ganz krasse Ort. Wir haben hier drei Stück, wo fehlen. Wir haben eine krasse Linksverlagerung dann. Drei, die hier fehlen. Linksverlagerung. Ja? Nein. Aber ich weiß nicht... Jetzt auf einmal Timer rollen. Willi klopft er zehn Minuten. Du Schwanz, Nicolas. Eine Minute für den Stein aussuchen. Nein, eine Crack-Community wirklich. Meiner. Schreibe zwei. Okay, ich nehme mit. Trust me. Bruder, du musst richtig langsam machen dann. Wenn du den nimmst. Richtig langsam, Bruder. Langsam, langsam, langsam. Der darf nicht einmal ruckeln. Warte. Der wackelt. Tja. Hier an dich. Ja, ja. Sag ich auch. Okay. Boah, krass. Jetzt ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich sag, der hier... Auf einem Klotz, Digga. Du bist der krasseste... Auf einer meiner Denkweise. Was ist der? Meine. Aber ich sag, der ist fest, Eli. Der sagst du es fest? Ja, der gibt mir das nicht einfach... Den hätte ich jetzt vorgeschlagen. Du hast den ganzen Turm gefickt, ne? Den hätte ich vorgeschlagen. Hier würde ich nicht mehr arbeiten. Ja, hier ist alles weg. Ja. Ich würde wirklich so arbeiten. Ich würde ein bisschen weiter oben vielleicht. Ja. Warte mal. Was ist... Warte mal, guck mal den. Was sagst du zu dem? Aber das weiß ich nicht. Der hier? Ja. Na, sieht gut aus. Wobei, wenn da viel Druck drauf ist, ist das auch scheiße. Ja, hast du auch recht. Ja, ist gut. Was ist denn mit dem hier? Zeig mal her. Was ist mit dem hier? Den habe ich auch auf dem Blickfeld. Man weiß nicht, ob die fest sind oder nicht. Der nervt mich. Der eine Stabilisator. Und was ist mit dem hier? Komm mal her. Ja. Was sagst du zu dem hier? Zu welchem? Dem hier? Der? Ja. Nee, das ist auch... Also mein Gefühl war... Der hier vielleicht? Und der vierte? Ich habe das Gefühl, der ist ein dicker. Aber ich glaube... Bub! Ich würde ja beides sagen... Vielleicht ist es das Schicksal. Ja, aber vielleicht ist es genau das Schicksal, dass wir dann die Übungen nach unten machen. Ich vertraue nicht mehr auf das Schicksal, Bruder. Nein? Das war True Amedie, das Schicksal. Dann sag... Mach du was, mein Bruder. Sag... Wir müssen... Ganz kurz. Lass uns ganz kurz nachdenken. Rein von der Denkweise. Wir haben hier sehr viel Druck weg. Hier steht auf einen. Wenn die von unten wackelt, ist es oben extremer. Das heißt, ich würde vielleicht nicht so tief ansetzen. Weil wenn der fester ist. Deswegen... Was ist denn, Bruder? Ganz ehrlich, dann spring ich aus diesem verfickten Scheiß. Was ist mit diesem hier? Der eine reicht, um die alle zu halten. Welcher? Der. Der? Ich glaube schon. Ja, der ist geil. Sollen wir machen? Aber mach nochmal weiter oben. Nee, Bruder. Ich fühl das aber richtig. Ich fühl doch nicht. Ich hab wieder Angst. Aber eigentlich müsst ihr erhalten. Ich denke... Weißt du was? Dann spring ich aus diesem Scheiß. Dann spring ich da raus. Mir doch egal. So. Obwohl, ich hab ein bisschen Angst. Okay. Dann mach einfach irgendwas raus. Wenn das, wenn das... Ganz kurz, Sitzer! Nein. Nein, 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 nein. Mach was, mach was. Ja, scheiß drauf, Bruder. Was war denn der? Welcher war denn das? War das der hier? Verrückt aus. Oder lass uns den doch da... Oh, aber da kann ein bisschen viel Druck aus. Ja, weiter, ja. Weiter wackeltst du. Drei, vier, fünf, sechs... War das der hier? Ne, es war der hier, oder? Ich weiß nicht. Ja, Bruder. Der Wichser? Ich glaub, der Wichser ist, weil du hast gesagt... Oder war es der Wichser? Nein, oder? Ja, mach mal eine Oberfläche, oder? Hä? Bruder, mach! Bruder, ich bin genau so ein Doni wie du. Digga! Hier, den darf ich nehmen, ne? Spray? Aber es ist halt... Klopp einfach. Soll ich den nehmen? Wir fliegen, Bruder. Lass fliegen, den wollte ich erst fliegen. Was passiert? Bruder! Gott! Was da passiert? Genau so fliegen! Hast du acht Tage schon bewegt? Ja, ist vorbei. Bruder, egal wie, wir werden es jetzt trotzdem probieren. Scheiß drauf. Wir haben den in den Fingern. Ich sage, es ist jetzt die Greiftaktik, Edi, von hier. Guck mal. Sag mal. Siehst du das? Den hier vielleicht so ein bisschen orange. Ja, dann... Bruder, aber hier dreht sich doch alles mit. Lass los. Lass trotzdem probieren. Scheiß drauf. Lass springen. Lass springen. Wir müssen ja gegenarbeiten. Ja, ja. Deswegen vielleicht. Oder du drehst es komplett. Bruder. Hast du das gesehen? Ja, ja. Was ist mit dem Klopfer? Mit dem... Jungs! Mach halt! Den! Besser war denn das? Der hier? Ja. Es geht nicht stabil genug, um sowas zu machen. Und was ist, wenn du von hier... Okay. Hier so siehst du die Kante. Dann wieder da Druck ausüben. Und auf der anderen Seite ein bisschen festhalten. Ja, ja. Ich schwör, hat sich bewegt. Ja, ja. Aber... Der ganze Dom bewegt sich mit. Ja. Aber mach nochmal. Und probier wirklich nur so zu greifen, Edi. Das... Willi. Von hier hinten. Die bewegen sich doch alle mit. Von hier hinten. Das musst du quasi... Ich weiß. Ja, genau. Und andere Seite hältst du... Übst du so... Machst du den Stabilisator. So, dass du es so rausdrehen kannst wie Kuba. Mit... 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 Mit Zack. Meiner war aber locker. Wir machen den locker. Bruder. Hey, warum schreiben die Schuhe jetzt? Hey! Wir sind hier. Wir sind hier. Ach so, weil du ganz kurz vorhin deinen Finger hier dran hattest. Und die gesagt haben, dass du den... Den Turm festhältst so. Das war eigentlich... Was soll ich festhalten? Du hast einmal deinen... Den Finger hier gehabt und du... Ich darf doch aber beide hier festhalten oder nicht? Ja, aber du hattest den... Auf dem anderen Stein. Ja, ja, deswegen... Wir können uns am meisten abratzen können. Alles gut. Aber ich sag dir ehrlich, Brüder nicht. Doch. Wieder was bewegt. Wieder ne Lücke aufgegangen. Will ich... Es ist trotzdem ne Lücke aufgegangen, mein Bruder. Es ist ne Lücke hier. Der ist definitiv schon mal weiter weg. Ja, arbeite in so'n... Es geht nicht. Doch, arbeite in so'n... Es geht nicht. Guck mal bitte, ich seh jetzt schon hier was... Darf ich nur kurz... Also ich mach den. Ich will nur, damit ich mich nachher richtig ärgere. Ja? Will ich nur gucken, ob der locker ist. Oder ist Quatsch. Machen wir danach sonst. Nur damit ich mich richtig ärgern kann nachher. Darum ging's mir. Ja. Welcher war'n das? Der hier? Ja. Bruder, bitte, bitte, Willi. Ja. Diese vier. Siehst du diese ganzen Bastarde da oben? Bruder, der in der Mitte ist so frei, Bruder. In der Mitte ist behind... Bruder, ich sag, wir machen so ne Rüttler, ja. Ja, warte mal. Ja? 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 Ja, 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 ja! Gut! Aber doch! Bruder, guck mal bitte jetzt schon mal die Lücke hier an. Ja, du möchtest. Das... Du bist definitiv... Du hast definitiv schon was gemacht. Ich schwör es dir. Du musst irgendwie einen Rhythmus finden, dass du auch ein bisschen dagegen machst. Du bist ja ein richtiger Mann, Eli. Das Ding ist auch eins. Du bist ja ein richtiger Mann, Eli. Das ist männlich. Dann willst du der wahre Mogen. Wenn du das schaffst, männlich. Ja, ja. Doch, ich schwör, du bist irgendwo dabei. Aber ich bewege doch immer alle. Ich bewege alle mit. Er bewegt halt diesen ganzen Turm noch. Ich bewege alle mit. Mhm. Soll ich dir sagen? Mein Trial ist das einzige winnable Situation. Obwohl, ne. Ist nicht... Im Klopper ist das auch nicht, ne? Das ist ein Schram. Und ich glaube, es ist gerade ein sehr guter Zeit, Bruder. Hier und hier. Das ist die Sprache offensichtlich. Bruder, wie geht der denn da raus? Ich glaube, er ist unmächtig. Ja, der ist ja steinefest, Bruder. Ach, Bruder, jetzt springe ich aus dem Flugzeug. Was für ein fuck Wochenende. Ich hoffe. Bruder, die waren so glücklich, ne? Welche Spiele waren das? Welche Spiele hatten die nochmal gewonnen? Mach mir was krankes, Bruder. Zieh mal richtig. Oder lass das Ding runtertreten. Guck mal, siehst du das Problem? Dass ich alle mitbewege. Ich weiß, dass du alle mitbewegst. Aber vielleicht bewegst du sie so extrem... Es muss ruckartig. Nein, oder? Du bewegst sie so weit raus, bis der frei ist. Ist uns doch scheißegal. Du meinst ja, du bewegst alle da oben mit, ne? Wichtig ist ja nur, dass wir den am Ende so frei bekommen, dass er vielleicht rausschaut oder so. Von der Denkweise. Also bewegt ruhig alle. Ich kann auch nicht mal ruckartig, weil ich da oben nicht so viel hab. Ich sage, beweg... Zieh sie mit dir rüber, ja? Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal diese Bastarde an. Ja, ja, ist okay. Es geht nicht, ich krieg nichts raus. Ich krieg nichts raus. Ja, 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 genau. Cool, 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 cool. Cool. Cool, cool, bro. Cool. Alles cool. Was ist da passiert? Da ist doch gar nichts passiert. Sagst du? Ich glaub schon. Ich sag, checkst du meine Denkweise? Ja, ich versteh schon. Aber... Verrückter Call, was ist, wenn du den ganzen Turm einfach drehst und das Gewicht verlagerst? Was ist, wenn du es wirklich probierst, so zu drehen? Ist doch scheißegal. Darf man das? Ja, darf man das. Checkst du meine... Checkst du meine Denkweise? Darf man das? Guck mal, du nimmst den so und guckst jetzt vom Gefühl, dass du den Scheiß drehst. Wenn man das schafft, gib mir mal einen Grammy. Weißt du, was ich machen muss? Dreh! Ich muss so. Ja, genau. Entweder so oder du drehst ihn. Bruder, ich krieg hier nichts raus. Illy, ich mein... Ich weiß, soll ich jetzt drehen? Nein, du machst am Ende. Ich bin nicht Verantwortung, aber... Ich hab... Ich nehm Verantwortung. Aber wenn wir dann drehen, wenn wir das ganze Ding drehen... Ja, dann drehen wir diesen... Okay, weißt du was? Wir verändern die Physik. Scheiß drauf. Ja, wir verändern die Physik. Ich dreh jetzt den ganzen Scheiß. Ich dreh den Scheiß. Danke, Bruder. Es geht nicht anders. Anders geht's nicht. Ja, ich sag jetzt... Außer, man zieht einmal so. Ja, aber das ist zurückhaltig. Ja, aber das könnte man... Ich glaub, Willi ist gleich fasziniert, weil ich... Ich schwöre sogar, ich glaub, ihr macht's. Also, ich... Aber guck mal, der... Ja, aber der ist ja wurscht. Die Faszination beginnt ja ab diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt drehen. Und das ist... Weil der ja so fest ist. Nein. Das geht nicht. Weil dann fallen die doch runter. Nein, 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 nein. Die Faszination muss sein, dass... Hier. Okay, es ist krank. Vielleicht ist es auch falsch, ja. Ich glaub, es ist falsch. Boah. Bruder, es ist so fest. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Soll ich Physik machen? Nein. Mach einfach den Wackler weiter, Bruder. Soll ich Physik machen? Nein. Wackler geht nicht. Wackler ist nicht möglich. Aber guck mal, wie viel du schon irgendwie bekommen hast. Vielleicht... Ja, aber bis... Bis... Irgendwann wackeln wir so krass... Wir wackeln so krass, dass der locker wird. Dass der so dummer wird. Dass der so dummer wird. Ich drehe den jetzt, ja. Oh mein Gott. Ist das Mathematik? Ja, aber das bringt mir doch nichts. Oh mein Gott. Jetzt drehst du wieder zurück. Jetzt drehst du wieder zurück, Bruder. Deswegen. Dreh zurück, dreh zurück, Bruder. Digga, was macht ihr da, Junge? Dreh zurück, Bruder. Dreh zurück. Digga, was hat er sie? Hör mal auf damit. Willi, ich will es dir kurz erklären. Komm mal her, komm mal her. Wenn ich jetzt weiter drehe, dann fällt der runter. Genau, und jetzt drehen wir wieder zurück, Bruder. Jetzt machen wir wieder Zug. Mach Zug, Bruder. Mach Zug, Bruder. Mach Zug, Bruder. Dreh wieder zurück. Ey, aber was ist, wenn zwei runter fallen? Ist sauber, ist sauber. Du hast Mutter gefickt von dieser... Aber wenn du das hast, ist sauber kurz. 100 Prozent. Darf ich einfach ziehen? Ich hab keinen Bock mehr. Lass ihn, lass ich raten ihn einfach. Lass ich raten ihn einfach. Lass ich raten ihn einfach. Gib noch liebe Grüße an ihn. Digga, wie fest ist der? Ja, ich hab da wirklich mit einigermaßen Druck, ne? Ging nicht. Es führt im wahrsten Sinne des Wortes zu entfalten. Aber wie? Gell gedreht. Ich schwör, Bruder. Vielleicht drehen wir doch einmal von der Punkt. Ja. Dann laufst du der Feld da runter, ne? Ich weiß es nicht, aber irgendwas wird sich machen. Mach Fantasie, Bruder. Aber mach Gefühl mit drehen. Mach den Dreher mit Gefühl. Wenn wir drehen, dann drehen wir richtig mit Gefühl. Oh, ich muss mich setzen. Geil. Gut. Aber das bringt mir nicht die Dreher. Ja, ja. Das ging nicht. Wer ist jetzt für meinen Nachtritt? Ich will nur kurz was wissen. Oh mein Gott. Das ist krank. Oh mein Gott. Das ist krank. Das ist krank. Das ist krank. Das ist krank. Oh mein Gott. Wir haben System gefickt. Das war crazy, Digga. Ach, die müssen noch weiter spielen, ne? Eine Runde noch, ja. Ach, Bruder. Wir haben System gefickt. Wir sind einfach... Und du hast es gesagt, Bruder. Du hast auf unser Bauchgefühl hören müssen. Wir hätten auf unser Bauchgefühl hören müssen, den unten. Scheiße, Bruder. Ich krieg 500 Euro. Egal welche Summe. Ich mach den Dünnerladen auf alles. Was sagst du was? 5000 Euro. Also wenn ich jetzt verliere, ne? Weißt du, wie krass das wäre? Weißt du, wie krass das wäre? Also sowieso. Wenn ich jetzt hier verliere, boah. Ey, das wäre heftig. Das wäre krass. Ich schwöre, das wäre krass, wenn ich hier verliere. Guck mal. Kuba hat gerade einen fairen Preis gemacht. 5000 Euro. 5000 Euro. Ich bringe nicht. Bruder, ich bin dein Maurer, Bruder. Ich komm mit diesem Ding. Batsch, Bruder. Batsch, Batsch. Nein, natürlich. War Spaß. Junge, ich will sowas von fallen sehen, Bruder. Nein, nein. Das ist mein Chef da drüben. Okay, warte mal. Kurze Frage an euch beide. Wen wollt ihr eher fallen sehen? Uns beide oder die beiden? Ich muss schon sagen, du bist echt einer doch. Also jeder. Ich will einfach nur was brennen sehen. Wallah, ist das mein Ernst? Es juckt mich null, Bruder. Ich hab nur an meinen eigenen Arsch gedacht. Ich hab meinen Arsch gerettet. Was jetzt passiert, ich schwöre dir. Es interessiert mich ernsthaft, ernsthaft nichts. Aber warte mal. Wollen Jellos Zuschauer... Guck mal, schreibt ihr mal rein, wen ihr fallen sehen wollt. Ernste Frage. Wollen Jellos Zuschauer... Begründet ihr sich selber? Ja. Was meinst du, ne? Ja. Und ob die selber Jello dann sehen wollen. Ja. Krass. Alle schreiben Ruat. Alle schreiben Ruat. Die schreiben alle ich. Alle Ruat. Ja, ja. Aber dein Arsch ist auch lustig, wenn du da runter bist. Das ist lustig bei dir, Digga. Das passt aber mega zu deinem Content auch. Ja, ey. Voll krass, Alter. Oder? Ich glaub, ich mach jetzt so eine Dings... Einmal die Woche so ein Format. Du bist doch voll die Sportkanone geworden, Bruder. Bruder, vor allem bei Amar... Ich häng da und hoffe, dass der Typ hinter mir mich nicht in den Arsch kriegt. Das ist es. Und dass ich nicht sterbe. Das ist das Einzige. Glaubst du, die zahlen mich dafür, dass ich springe? Gar nicht mal so schlimm. Ähm... Aber dann muss ich leider durchgehen. Dann muss ich leider durchgehen. Okay. Ey, wir gewinnen jetzt, ja? Kuba. Ja, ja. Guck mal. Guck mal. Ich will hier als Erster rausgehen. Hä? Was? Ich will hier als Erster rausgehen. Ich schwöre, der muss noch beider zum Partieren. Was meinst du denn hier so? Ja, ja, ja. Ist das Geistesgestörte gerade? Ja, passt, oder? I guess. Bruder, ich sag dir, wenn wir jetzt ewiger Zweiter werden, dann... Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Wir gehen jetzt auf die Eins. Wir gehen jetzt auf die Eins. Kaffee, so für euch. Guck mal. Okay. Für mich? Passt der? Warte. Kann ich anfangen? Warte, jetzt ist gut. Ja, egal. Ist scheißegal. Der erste Steinbruder, was soll da passieren? Immer fliegt halt genug eigentlich. Dann viel Spaß. Bleib mich zurück, okay. Schere, Stein, Papier. Ich dachte, du wirst anfangen. Okay, dann fang ich an. Alright, Chat. Wir gehen in Runde Zweiter. Boah, ich sag die Jungs... Ich will mich gar nicht so fühlen wie die gerade. Weil für uns ist es eigentlich richtig schlimm. Richtig, richtig schlimm. Aber für die ist es richtig kacke gerade. Fünf Spiele in Folge nicht gewonnen. Oh mein Gott. Ich bin ein Peach. Ich schwöre dir. Was? Was? Der, ich hab's gelockt. Das war der erste. Bruder. Ja, aber Bruder, der ist schwer, Wallah. Wer macht's schon? Ja, ja, Bruder. Ich schwöre, ich hab den angedrückt. Da ist nichts passiert einfach. Nein, Bruder, hast du gemacht? Nein, 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 aber am Anfang ist das hier Ding. Ja. Ich weiß, welche wir nehmen, ne? Ja, Bruder, ihr Bastarde. Ich dachte, die haben nicht gesehen, ja. Ich wollte extra, hast du gesehen, wie ich gedreht? Ich hoffe, dass du zurückgedreht. Aber egal, nicht echt. Scheiße, ja, der Bastarde, ja. Ich hab zwei Steine rausgeholt, ja. Ich stell mir vor, war Fake. Und der ist Dings. Schraube einfach. Ja, ja. Der ist so Dings, bringt Pech. Er fällt danach gegen Watt und so. Bringt, ist ungewöhnlich. Fass den mal an, erstmal. Ja, erstmal aufhören. Der ist locker, oder? Was denn? Fast mit rausgefahren. Ja, Bruder, ich kenne ihn auch nicht. Den hab ich ihm geschenkt, ja. Guck mal richtig, guck bei dir zu. Mhm. Guck mal. Boah, ey, man kann sich echt in manchen Stein richtig täuschen, ne? Ich dachte gerade, meiner wäre richtig locker. Oder Willi hat den ersten genommen. Ja. Patafix. Ja, ja. Ich dachte auch. Warte mal, ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock, Merz. Ich hab keinen Bock, wieder so einen Stein zu holen. Ich brauch Wasser. Wenn ihr verliert... Okay. Habt ihr Wasser? Ja, da liegt es in der Ecke in der Tüche. Bringt es mir auch an, bitte. Hm. Boah, ihr habt den richtig gut aufgebaut dieses Mal. Ja, ja, das ist echt gut. Du hast keine Lücken. Du hast keine Lücken. Du hast keine Lücken. Du hast gerade so ein bisschen Lücken. Und so, siehst du, haben die richtig Dinger gebaut. Boah, scheiße. Ich hab ein Problem, Bruder. Keine Ahnung, welche ich nicht rausnehmen kann. Ich glaube, ich hab eventuell eine... Ist dir hier gut? Deine Schulter. Ein Setzer. Ein Setzer. Aber das ist am besten für mich. Wir gucken direkt für dich. Scheiße. Schau mal ein bisschen. Ich krieg das nicht alleine hin. Ach so, okay. Oder ich hab den von der Fahne gekauft. Dann hab ich... Der hier ist gut. Der ist gut. Ich würde vielleicht den hier nehmen. Den hier vielleicht nehmen. Guck mal, hier auch so. Ja, ja. Ja, der ist doch gut. Der oder der Nachbar. Der Nachbar vielleicht für mich. Ich hab Fortnite only 2-3 mal gespielt. Er ist gut, er ist gut. Ihr habt zu sehen, er ist gut. Also ich hab einen safen, aber ich weiß nicht, lass das mal noch einen gucken. Ganz unten sieht auch sehr locker aus. Siehst du den hier? Der sieht sehr locker aus. Weißt du, dritte Reihe von unten? Oder den ganz außen dritte Reihe von unten? Von draußen mehr? Sag mir erst mal, bitte. Ich vertraue dir blind, aber... Nein, 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 nicht anpassen. Oder auf meiner Seite ist der Stein. Guck mal, wie Stein der ist. Siehst du, das hier auf der Seite ist Stein. Wir dürfen auch nicht so jetzt einmal gegenkommen, das ist ganz wichtig. Der sieht locker aus hier auch. Aber hält das irgendwas? Checkst du den? Nein, check ich gar nicht. Warte, warte. Ich check den. Ja, ganz gut. Wir sind safe, aber es geht nicht, dass wir der Sieger sind. Boah, Bruder. Ich küsse dein Herz, Bruder. Wann kommt eigentlich der 10-Einsatz? Der was? Der 10? Nein, der kommt nicht mehr. Aber warte mal kurz. Du hast ja noch was gesehen. Hey, guck mal, Alter. Ja, ich komme. Was hältst du denn von dieser Mitte hier? Ich kann da sogar durchschauen. Hm? Der hier. Warte, 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 warte. Der hier? Nein, Bruder. Diese Reihe der Hettlere. Von hier ist mega Lücke. Hm, aber nur seitlich. Seitlich ist ein Pochuy. Du musst gucken, vor Ort machen wir jetzt. Der ist es. Der ist es. Der ist auch von der Gewichtsverlagerung her gut. Bruder, ist jeder überhaupt nicht. Würde ich nicht sagen. Bruder, glaub mir. Wer? Bruder, der ist auch von der Gewichtsverlagerung gut. Ja, ja, okay. Kannst du versuchen, aber... Oh, Maschallah. Das ist schwer, Bruder. Du sagst so. Wala, der ist hart. Ja? Ich schwöre, der ist hart. Schön, Bruder. Helalbe, ja? Helalbe. Warte, Bruder. Sei mal leise, bitte. Ja, genau so. Dankeschön. Einfach drehen. Drehen, 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 drehen. Dann nix zurück. Weiter drehen, weiter drehen. Genau so. Du Hurensohn. Wirst du mich fickt, oder was? Jetzt guck, dass du den so rauskommst. Ja, drehen. Ja, drehen einfach genau. Richtig, Bruder. Einfach... Wie er mich provoziert, dieser Peach. Guck mal, ich schwöre, der ist noch... Ey! 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 Jaa! Jaa! Oh Bruder. Oh mein Gott. Hallo, das verarsche. Das macht keinen Sinn, Bruder. Bruder, was ist das? Wie kann man so verlieren? Das kann nicht sein. Boah, hast du das Geist geschürt. Ich hab Gänse aus. Nein! Ich hab einfach Gänse aus. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir noch ein Shade together rein. Ich hab keinen Bock. Es kann doch nicht sein, Bruder. Bruder, oh Allah, wie kann das? Ich schwöre dir, ich kann mir das nicht erklären. Hast du gesehen, wie wenig noch? Hast du das gesehen? Du sagst doch so Gewichtsverlagerung, so ein Scheiß. Ja, aber der war schon draußen, Digga. Hey, war der vorher am Wackeln? Warum hast du mir nichts gesagt? War nicht. Jetzt bin ich wieder im Stutt, oder? Nein, aber ich wacke mich nur. Nein, war okay, war alles richtig. Keine Ahnung jetzt. Bruder, wala, ich kann mir das nicht erklären, wie das Ding runtergefahren ist bei Gott. Das war wahrscheinlich, weil es ganz weit unten war. Ey, hat das Ding vorher gewackelt? Habt ihr das gesehen? Hat das vorher gewackelt? Ja, oben. Das ganze Ding. Wo du halt so ein bisschen gerüttet hast. Ja, das hab ich ja gesehen, aber ich war doch schon draußen, Digga. Mit dem letzten... Hä, wie fällt das runter? Weißt du, wir springen mit? Eh, wir springen mit. Da war so viel Gewicht drauf, dass der letzte das letzte nochmal ein bisschen... Ja, ja. Ja, ja. Das war dumm. Ich laber Physik und Schwerkraft. Ja, ja. Das war die Schwerkraft. Dieser Stein hat das alles da hingekippt. Ich vollidiot. Ich dachte, da ist safe. Der ist nur runtergefallen, weil ich diesen Stein weggenommen habe. Dieser Stein hat diesen Turm gehalten. Ja, klar. Weil... Umso weiter unten ist es... Umso... Jetzt kommt man drauf an, ne? Jetzt kommt man drauf an. Scheiße. Na jetzt. Wie viel stehe ich jetzt? Also die sind sowieso safe. Das ist egal. Aber safe Erster? Ne, ne, ne. Wenn ihr jetzt gewinnt seid ihr Erster. Guck. Aber ich weiß... Boah. Das heißt auch wenn die gewinnen, auch wenn Mert und Digs gewinnen, sind wir ja auch safe. Dann springen wir ja nicht. Ich schwöre auf alles. Ich schwöre auf alles, als ich den Walo verkackt. Ihr müsst euch vorstellen, vielleicht haben die Leute das nicht gesehen. Das war gestorben. Wir holen den ersten Win. Wir holen drei Runden hintereinander. Einfach zu... Also wird... Wie heißt das? Remake. Ja, Remake. Und wir holen dann 8-0. Und währenddessen gewinnen die halt 13-3 oder so. Boah. Das war unfair für uns. Aber jetzt kommt. Rasieren. 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 Er hat einfach noch... Du hast noch nie Oni abgespielt, Bruder. Ich bin ein Gamer. Das passt. Also die haben ja wenigstens... Guck mal, mit Willi habe ich Chain Together gespielt. Ich bin... Ich bin ein Gamer, Bruder. Scheiß drauf. Ich bin aber... Ich spiele mit Keyboard. Ja klar, Bruder. Du kannst auch mit Controller. Ja, ist mir egal. Ja, Bruder, sag du. Ey, Jungs. Jungs. Ich sag euch auch die Spiele. Ehrlich. Warte, Edi, Edi. Fantasie. Na, Bruder. Ich hab schon... Ich hab YouTube-Video ausgerechnet. Ich hab YouTube-Video schon ausgerechnet. Wir sind alle gefeiert. Ja, ja. Das YouTube-Video ist ausgerechnet. Vor allem, wollt ihr jetzt mal wissen? Der, der das Spiel gewinnt, ist Erster? Schau. Du, also ihr auch? Wenn wir gewinnen, sind wir Erster. Ja, jeder, der das Spiel gewinnt, ist Erster. Ja. Dass der einzige Unterschied ist, dass Mert nicht Letzter werden kann. Ja. Und wir spielen über Geld und uns Halbschirm. Und er ist schon über Geld. Was ist, wenn jetzt Mert gewinnt? Dann sind wir Erster. Und dann haben wir... Und wir sind Letzter. Und die müssen... Wir sind vor denen. Ihr habt Eifel mehr als wir, ne? Wir spielen nicht mit. Aber dafür zahlen wir keine Subs. Ja, geil, Alter. Ja, voll geil, Mann. Ja, voll geil, Mann. Dann kann ich euch das Spiel hindern. Und wie würdest du uns behindern? Ich fühle euch doch besser, wenn ich gewinne. Wenn er gewinnt, ist es uns scheißegal. Wir können nicht mehr verlieren. Okay, warte mal. Wie ist denn... Ey, 1 Uhr Start. Wir hören auf, Kinder zu warten. Ich kann nicht mehr. Ich muss morgen früh nach Köln. Ey, sollen wir einfach noch eine halbe Stunde machen? Nein, mach eine Stunde, wer am weitesten gekommen ist. Sie werden eh gewinnen. Ohne Abgeordnete. Ey, warte mal. Wie geht das Ganze jetzt? Ist das nicht so? Okay, du kannst noch wieder zwischen uns. Ja, warte. Oh mein Gott, Shit. Ich kann nicht mehr. Ich schwöre, ich kann nicht mehr. Ich schwöre, ich kann nicht mehr. Ich schwöre, ich schwöre. Wir haben zwei Stunden geklacht, oder? Zwei Stunden? Zwei Stunden? Ja, ja. Wer am besten gekommen ist. Eine Stunde wäre am meisten gekommen. Ey, lass die fragen, mir ist es egal. Aber ich habe das Spiel eh noch nie gespielt, aber es geht ja um eine Buchstelle. Mir ist es scheißegal, aber es ist eine Buchstelle. Mir ist es labbe. Oder mir ist es auch... Ich sag sogar, die sollen entscheiden. Mir ist es egal. Aber jetzt keine 10 Minuten. Eine Stunde. Eine Stunde. Wollt ihr eine Stunde? Ja, das ist meine Uhr. Ohne Abkürzungen. Wie können Sie keine Abkürzungen sein? Ich kann auch nicht. Ähh... Wie ohne Abkürzungen? Aber ich kann das spielen nur mit Abkürzungen. Wie? Wollt ihr einfach zu gehen? Oder hä? Wie? Warte, was? Ich bin auch gleich hinter da, ja. Jeder einfach... Nee, wer wieder was hat... 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. Es gibt keine Hardcore-Abkürzungen bei Dings. 100. 100. 100. Neuestärke... ... 100. Nö St. Ja, ja, das ist wirklich so, als würde man sagen, Dings, tiefer ohne Skillen, ich schwöre, oder du würdest sagen, äh, keine Ahnung, irgendwas anderes. Ey, Amar, geh doch, wenn die um ein Uhr starten wollen, dann geh doch schon mal rein und teste wenigstens, Bruder. Amar, Bruder, Amar, bitte. So viel Schwierigkeit, da müssen wir noch checken. Seht ihr das Game überhaupt richtig? Amar! Bruder, Bruder, Amar! Ey, ich küsse dein Herz, Bruder, was macht ihr? Amar! 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 Ich bin wieder in den Moment. Oh, poor lost soul. Do you want to escape the flames of hell? For I was growing bored. I've concocted a little game. If you're brave, you may try to reach paradise. Not sure if you're capable though. I eagerly await your fall. That was very important. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. And I guess I did that. Come on. I'm going to go home. I'm going to go home. I'm going to go home. I had to go home. I had to go home. I had to go home. Wie lange habe ich das Game nicht mehr gezockt, Chad? Es geht in drei Minuten los, Digga. Ja, das ist ein Schala, Bruder. Okay, warte mal, kommen wir kurz zusammen alle in Discord? Warte, er muss das Game noch starten und so, er ist gerade erst da. Warte mal, spielen wir Beginner oder Normal Mode? Und wenn ihr schon drin seid, ihr müsst neu starten, wenn ihr schon drin seid. Trotzdem, wenn ihr schon drin seid, müsst ihr trotzdem eine neue Lobby aufmachen. Weil einige Sachen, weil Animationen und sonstiges kommen nicht, wenn du das In-Game neu startest. Aimen Sie! Ja, ich brauche was. Es wird ja verkauft, gehört. ab ab da ja die jungs am aß und ich werde die Was? Ey, ihr st... Ey, jungs, am Mars von Shreddy! Sobald ich... Ihr müsst sowieso einen neuen Lobby-Star holen. weil die animation und sowas da wo du dich eigentlich zu sehen seit wo ich eigentlich hier genau die wc fickt mich die ganze zeit mostly playable with your controller wenn man angekehrt ist das müssen wir uns ja eigentlich nur gut kommunizieren oder nicht ja wenn man fällt auch wenn der andere aufwärter ja aber du kannst ziehen mit du musst du musst einfach links guck doch mal was man jetzt Resolution 10900 so ne Fullscreen Maus sinkt raus oder nicht B-sinkt raus Ab, aber. So. Okay. Wort. Ja? Wie laden wir uns ein? Okay, bist du drin? Ja, wie lade ich dich ein? Äh, wie kann man quitten? Wie kann man quitten? Spiel. Okay. Okay, habt ihr einen Normal-Mode oder Beginner? Normal, okay. Okay. Nein, nur für den Starten, oder was? Wie machst du das? Was muss ich machen? Join the game, oder was? Ich mach nochmal Fullcam. Dann komm ich für den Ort rein. Oder was ist mit diesem Game los? Ich lad dich ein. Ich mach mal mit dem Ort, was hab ich denn gemacht? Los, Beginner. Okay, warte, warte, komm nicht rein. Ich bin jetzt schon auf dem Weg irgendwie, aber... Wie komm ich hier raus? Bin schon draußen? Oder bin ich lost? Ich hab wieder Beginner. Vor allen Dingen, es macht nicht mal einen Unterschied, Chad, ne? Also... So, Chad, jetzt geht's um die Wurst. Entweder falsch im Sprung, oder sogar... Komm. 100 Zaps. Und ich gewinn das Ding hier mit Rot. Normal. Mach spielen. Okay, du musst einfach nur hinterher. W, R, S, D. W, R, S, D. Komm hier hinterher. Komm, 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 komm. Einfach sprinten. Mit Schiff sprintest du. Äh, hab ich. Leer-Taste springen, mit E kannst du mich ziehen, falls ich mal runterfliege. Du musst auf mich gucken, auf meinen Charakter mit deiner Maus und dann E drücken. Aber jetzt nicht, weil dann ziehst du mich nach hinten. Genau. Jetzt hast du mich nach hinten gezogen, aber egal. Du hörst mir einfach nur hinterher. Okay. Und ich sag dir immer, wenn wir springen oder sonstiges. Jetzt kommen wir auf so eine Plattform da drauf und wir müssen einfach nur warten. Jetzt einfach nur warten. Okay. Haben wir so Checkpoints oder so? Gibt es Checkpoints? Rede mit mir. Checkpoints, ne? Gibt es nicht. Okay. Fällst du runter, fällst du runter. Okay, let's go. Okay, pass direkt auf. Wir sind da, wir sind da. Spring rauf. Komm. Jetzt hier rauf. Eins, zwei, drei, go. Hier. Jetzt einfach rüber gehen, rüber gehen. Du kannst laufen. Ja. Komm. Komm. Jetzt hier rum drauf und dann leertest du zu drücken, um zu klettern. Und drei, zwei, eins, go. Go. Drei, zwei, eins, go. Drei, zwei, eins, go. Und jetzt einfach nur auf diesem Ding. Normal gehen, ne? Ja, normal gehen. Also ich will jetzt nicht springen. Eine Stunde lang haben wir Zeit. Ja, die müssen auch klippen, ne? Wenn wir so hochbekommen sind. Komm, 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 komm. Jetzt hier auf den Stangen entlang. Hier. Jetzt re... Warte. Hier rechts rauf. Drei, zwei, eins, go. Drei, zwei, eins, go. Nicht laserberühren. Drei, zwei, eins, go. Drei, zwei, eins, go. Drei, zwei, eins, go. Drei, zwei, eins, go. Komm, komm, hier durch, hier durch, hier durch, hier durch, hier durch, komm. Spring rauf. Jetzt muss einfach nur klettern. Keine Leertasse drücken. Einfach nur in die Richtung rechts. Jetzt kannst du loslassen mit Leertasse. Komm. Aufs Trampolin und dann wehdrücken. Drei, zwei, eins, go. Wieder aufs Trampolin. Einfach nach vorne. So, und jetzt versuch, oben auf der Plattform da zu landen. Okay, gut. Komm. Drei, hier rüber. Drei, zwei, eins, go. Hier rauf. Gehen. Langsam, langsam, langsam. Kletter, kletter, kletter. Ja. Komm mir einfach hinterher. Das ist eh jetzt alles noch leicht wahrscheinlich, ne? Geht. Ist sogar auch schwer. Komm. Einfach rauf. Ich warte immer, dass du machst, ja? Nein, nein, du kannst auch direkt. Wenn ich raufgehe, kannst du auch direkt. Wann muss das denn? Komm. Komm. Drei, zwei, eins, go. Und einfach nach vorne. Nur auf der Plattform bleiben, nicht weiter. Ist du call wieder. Okay. Drei, zwei, drei. Warte, 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 warte. Du musst durchsprinten, durchsprinten. Drei, zwei, drei, zwei, eins, go. Sprinte durch, sprinte durch und rüber. Komm. Das ist eigentlich selbsterklärend, Bruder. Du musst mir einfach nur das machen, was ich mache. Weißt du, ich meine? Okay, aber manchmal brauche ich vielleicht eine Sekunde länger, weil ich kurz gucken muss, was wir da machen. Okay. Okay. Warum ist er schneller, Digger? Okay, warte, chill. Komm. Drei, zwei, eins, go. Bleib hier, bleib hier auf der Höhe. Bleib hier auf meiner Höhe. Bleib hier auf meiner Höhe. Noch ein hoch. Und jetzt durch, 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 durch. Das ist easy. Okay, wieder hier warten. Wieder hier warten. Nee, nee. Mit dem Schiff kannst du schneller, trust. Warte. Und komm. Guck, siehst du, wie schnell ich geklettert bin? Mit Shift kannst du schneller klettern. Komm hier, auf die Leiter rauf. Kannst du auch vorher, wenn du auf eine Leiter gehst, kannst du immer vorher springen, dann bist du schon weiter oben. Bist du allgemein schneller. Okay, komm. Warte, warte, ich kreuz hier. Drei, zwei, eins und go. Und rüber. Drei, zwei, eins, go. Drei, zwei, eins, go. Drei, zwei, eins, go. Drei, zwei, eins, go. Man kann nicht warten. Drei, zwei, eins, go. Wir haben keine Zeit, um zu warten, bro. Komm hier rechts durch. Hier direkt rauf, direkt rauf. Und du musst für dich selber springen. Jetzt springen. Spring. Spring. Und direkt hier oben rauf. Okay. Das ist ein bisschen schwieriger Jump. Komm, komm, komm her. Du musst einfach auf das Ding drauf, okay? Aber mit Shift oder ohne? Ohne. Drei, zwei, eins, go. Und hier auch wieder. Drei, zwei, eins, go. Oh mein Gott. Eins, zwei, drei, go. Hier hoch, komm. Okay, ich call dir wieder, wenn wir losgehen, okay? Okay. Drei, zwei, eins, go. Spring in die Mitte. Und jetzt wieder rüber. Komm, 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 komm. Drei, zwei, eins, go. Drei, du musst wehen nach vorn auf das andere Trampolin. Drei, zwei, eins, go. Wieder rauf. Jetzt kommen wir hier oben rauf. Gar kein Problem. Oh mein Gott. Ich halte uns fest. Alles gut. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Alles gut. Ich habe ihn schon. Du musst nichts machen. Oh mein Gott. Oder er redet mit mir, als hätte ich das 17 Jahre gespielt. Als hätte ich, als wäre das mein Handy. So redet er mit mir. Wie viele Subs? Nicht mal 500. Die Subs könnt ihr nicht bezahlen. Okay. Und wir droppen jetzt. Komm, 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 komm mit. Komm, 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 mit, 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 mit. Du musst nichts machen. Ich fahre. Ich übernehme das. Eli ist ganz unten anscheinend. Was ist das denn? Okay, jetzt sind wir wieder draußen aus dem Auto. Komm mal mit. Komm her. Komm mal, hier ist jetzt, wir müssen hier vorne warten. Hier ist so ein Cube. Alle drei Sekunden springst du einfach in die Luft und lenkst in die Richtung, wo du hin musst. Auf die gerade Plattform. Checkst du, wie ich meine. Warte, warte, warte. Nein, wir können nicht warten. Okay. Drei, zwei, eins, go. Komm. Jetzt musst du warten, warten. Jetzt springen und nach hinten. Genau. Okay. Springen und nach vorne. Okay, okay. Springen und nach links. Okay. So, springen und nach rechts. Ja, ja. So, springen und nach vorne. Und beim nächsten, ja, rüberkommen. Okay. Pass auf, die Laserschwerter ficken unser Leben, okay? Komm einfach mit mir. Und jetzt hier oben drauf klettern. Drei, zwei. Oh, sorry. Okay, warte hier, warte, warte, warte. Geh nach links. Warten, 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 warten. Okay, jetzt wieder drei, zwei, eins, go. Scheiße. Scheiße. Wird. Runter, 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 runter. Komplett runter. Okay, wird, 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 wird. Komm rauf. Drei, zwei, eins, go. Warten. Warte, 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 warte. Nicht in das Laserding. Okay, und wieder drei, zwei, eins, go. Komm runter, komm runter. Kletter, kletter. Ich kletter, ich kletter wie ein Eins. Okay, warte, 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 warte. Drei, zwei, eins, go. Ich kann nicht klettern. Jetzt nach links, nach links, nach links, nach links. Und jetzt hier oben drauf. Drei, zwei, eins, go. Okay, warte. Warte, warte, runter, runter, runter zu mir, runter zu mir. Drei, zwei, eins, go. Okay. Okay, die Sprünge sind wieder ein bisschen schwieriger. Normaler Sprung. Drei, zwei, eins, go. Ganz normale Sprünge machen. Drei, zwei, eins, go. 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 Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins, go. Aufs Trampolin nur noch W drücken. Drei, zwei, eins, go. Okay, jetzt hören wir zu. Hier kommt die erste Plattform gleich, links. Dann müssen wir auf die mittlere und von der mittleren direkt komplett rüber. Wir nehmen nicht die dritte, okay? Warte, warte, warte. Warte, warte, nochmal. Von der ersten zur zweiten. Von der zweiten komplett rüber mit einem Sprintsprung. Okay? Aber, warte, aber Sprintsprung vom zweiten auf den dritten, oder was? Nee, nicht auf den dritten. Komplett rüber auf das Steining-Ding. Okay. Und auf das erste laufen wir normal rauf, oder was? Nein, ja. Ja, genau. Also springen wir jetzt rauf, oder? Normal, normal. Normal, raufspringen. Okay. Drei, zwei, eins, go. Warte, bei mir lecks, bei mir lecks. Was ist das? Das bleibt immer so stehen. Oder? Okay, mach. Chill. Drei, zwei, eins, go. Direkt rüber, direkt rüber. Und jetzt Sprintsprung. Sehr stark. Okay, jetzt hören wir zu. Jetzt komm, ich aktiviere so ein Dings, dann läuft so ein Timer, ne? So ein Sound. Wir müssen einfach auf die Treppen, versuch nicht zu klettern. Einfach ganz normale Sprünge. Versuch nicht zu klettern. Da kommt so eine Treppe und du darfst nicht klettern. Wo kommt eine Treppe? Jetzt rechts spawnt hier eine Treppe, du darfst nicht klettern. Und was kommt sonst? Was machen wir sonst? Ganz normal springen. Ganz normal springen. Okay. Okay, komm. Komm rechts. Komm hier rauf. Und ganz normal, so. So. Nein, nicht klettern. Versuch nicht zu klettern. So. 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 Oh mein Gott. Du musst nicht so schnell, wir haben Zeit. Komm. Komm. Okay. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Komm. Komm, komm. Rechts rum. Rechts rum. Hier drauf stehen bleiben. Spring. Bleib stehen. Gut. Du stoppst, um die einfachsten Dinge zu erklären. Ja, weil er sich sonst nicht confident fühlt. Sonst geht der confident. Die eigentlich an sich, das Spiel ist mit das einfachste Game, was ich jemals gespielt habe. Okay, komm hier rüber. Komm. Jetzt müssen wir schwimmen. Du schwimmst einfach nur mit deiner Maustaste. In die Richtung, wo du guckst, schwimmst du. Du musst einfach nur einmal runter. Hier. Runter gucken. Und dann wieder hoch. Mehr musst du nicht. Okay. Danke für die ganzen Erklärungen, das ist gut. So. Okay. Aber du machst das sehr, sehr stark. Du machst das sehr, sehr stark. Aber du erklärst auch brutal. Digga, das ist das erste Mal in den zwei Tagen, wo wir richtig gut miteinander kommunizieren. Ich schwöre. Aber wir auch gewinnen. Okay. Müssen, guck in die Richtung. 3, 2, 1, go. Komm. Du springst mir einfach nur hinterher. Du kletterst dahin, wo ich hinklettere. Jetzt. Wir können nicht verkacken hier. Hier. Hier nach vorne. 3, 2, 1, go. Hier auf. Hier auf. Hier auf. Hier auf. Hier auf. Nach links. Alles gut, alles gut. Hier kann man eh nicht verkacken, deswegen. Wir springen. Siehst du? Okay. Wir springen an diese Wand. 3, 2, vor uns. 3, 2, 1. Warte, 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 warte. Vor uns an die Wand einfach. Warte, 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 warte. Ja, ja. Aber muss ich laut Leertasse gedrückt halten, während ich kletter? Nee, du musst einfach nur gegenspringen, glaube ich. Okay, 3, 2, 1, go. Okay, chill jetzt hier und warte auf meiner Höhe. Warte, warte. Komm nach links. Mit Shift kann man schneller klettern. Guck. Komm hier nach ganz links. Komm hier nach ganz links. Und wenn ich dir sage, Leertaste und einfach nur nach links. Jetzt. Leertaste und nach links. Komm. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, warte. Warte, 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 warte. Shit, shit, shit. Sorry, war mein Bad. Ich dachte, du bist nicht so weit. Okay, diese Laserdinger nicht berühren. Guck dir das jetzt an. Guck mal. Wir springen nicht. Okay, ich erklär nur. Wir springen gleich da rauf. Dann machen wir einen ganz normalen Sprung rüber und gehen auf die andere Plattform rechts drauf. Von der rechten Plattform machen wir wieder einen ganz normalen Sprung über das Laserdinger und dann wieder rechts drauf. Und so ist die Routine. Das geht schnell. Das sieht langsam aus, aber das geht schnell. Okay? Okay. 3, 2, 1, go. Okay, hier einen ganz normalen Sprung rüber. So. Und jetzt rechts rüber. 3, 2, 1, go. Hier einen ganz normalen Sprung. 3, 2, 1, go. Und jetzt rechts rüber. 3, 2, 1, go. Okay, jetzt hier einen ganz normalen Sprung rüber. 3, 2, 1, go. Oh mein Gott. Das ist nicht schlimm. Komm mal hier. Komm mal hier. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Das war 1, 2 Minuten. Aber wie bin ich vorbeigesprungen? Ich checke es nicht. Oder Gänsehaut bei mir auch. Das ist nicht so schlimm. Ja, das war gar nicht schlimm. 0. Das ist das Ding. Wir fallen da nicht so krass runter. Aber die Stelle ist mit die schwerste im Spiel. Das checken viele nicht. Danke. Ich habe keinen Sprintsprung machen sollen. Wir müssen einfach in den Lauf springen. Ja, genau. Wir müssen einfach ein bisschen früher springen, als das Wort verkommt. Okay, komm hier. Komm. Einfach durchsprinten. Ja, die Tür ist ja schon offen, ne? Ja, komm. Komm, komm. 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 Komm.